Ich war gerade kurz davor, diesen Pro-Spiel auf meinem Minecraft Citable Server für immer und ewig vom Server zu bannen. Und ich glaube, wenn ihr ein bisschen beobachtet, könnt ihr verstehen, warum ich ihn bannen wollte. Das sieht so hart unleashed aus, wie er durch diese Wand sich durchfrisst und einfach den Speed von keiner Ahnung wie viel hat. Doch dann ist mir aufgefallen, dass er ein besonderes Item in seiner Offhand hat und dieses Item verleiht ihm die Fähigkeit, viel, viel schneller sich in Minecraft zu bewegen. Als kleine Entschädigung dafür, dass ich ihn gerade einfach permanent vom Server bannen wollte, habe ich mir überlegt, dass wir ihm pro Like einen Diamanten schenken und pro Kommentar, den er schreibt, 35 Dollar auf sein Minecraft-Konto überweisen. Und weil er scheinbar sehr gerne Kupferblöcke mag, würde ich ihm doch mal ein paar Stacks Kupferblöcke geben, dafür, dass ich ihm gerade so einen Schrecken bereitet habe. Und falls du mal in Minecraft einen Hacker gefunden hast, schreib seinen Minecraft-Namen in die Kommentare.